Strucker Strucker Da scheint noch einer drin zu sein im Strucker Strucker hat nen Hilfe Rallye beim Augenmarker Ich seh die Hub Die ist direkt im östlichen Gebäude gegenüber Ein Gegner im Westen glaub ich Feld, ja, haben wir Ns und N Gegenüberliegendes Gebäude Und hinten am gegenüberliegendes Gebäude Gegner und N Passt auf den Striker auf Wir cappen zurück 1 2 1 2 2 2 3 Ich bin der Jungs, das kippt hier mal um! Fahrzeug Blutziger bei dir! Linken zu meiner Ach, war zu spät In meiner Position steht auf jeden Fall der Striker Ja, es ist ja gut, dass ich rumkomme Ach, das wäre cool, wenn ihr an den Zwerg irgendwie rankommt Ja, da gibt es noch eine Chance! 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 Ach, das ist noch nie! die kommen gleich aus dem westen rein ich kann hier kein neun setzen sie kommen jetzt durch den westeingang und braucht euch bei euch ja Achtung die sind unten drin der btr 2k erwischt ganzer squad kommt jetzt bei euch die treppe hoch vorsicht zieht er die treppe ne jetzt zieht er die treppe hoch bei mir ne vorsicht es sind schon oben zwei vorsicht ich versuch zum rally durchzukommen naja an der treppe ist noch einer zwei spawns ich muss bleiben ich spawne gleich neun ich bleib am rally jetzt hab ich mal eine gefragt wer ist am morden in der tow drin ich dachte damit krieg ich den striker ja ok christin ne der steht zu weit hinter dem gebäude ich glaub der ist auch schon kappt von unseren 50ern 25 sekunden kann ich nur ein rally setzen unten ist noch einer deckt einfach nur die treppe ab deckt einfach nur die treppe die können euch leuchten abschießen bitte auf der treppe nicht nach unten gehen bevor ihr die seht haben die eure füße schon abgeschossen naja ich hab's vermerkt ich bleib erstmal oben ok spawn ich hab den aber neue rally sind die treppe ist unssafe prost jetzt unten und versuch die treppe anzukommen heiz muss nur unten sein ja wir stehen zum basseingang ja wir stehen zum basseingang ich proben es ja ja von der gebroder hat nur ne gute sicht auf die hub wir sollten fahren jo ich hab ihn, der ist down der btj rock ich werf ihn noch mal drüber run play htrp schmack 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 grund wo er am neben war Ah nice, viel Dank Ich glaube sie probieren es gleich wieder vom Westerangang, die werfen wir gerade drauf Verstanden Ich komme ein Ja sie kommen aus Westerangangang Wenn ihr reinkommt, ich bin hoffentlich am Weg bereit Wir haben gleich Send-Renovo Sorry Ich hatte leider keine Oder nicht Ja die Phantom ist doch schön 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 ist ein schönes Ding Als dass wir haben gewonnen Aber sowas von Nachher ist er nicht vorbei Beste Spieler von FEF Er freut mich eine schöne Sicht auf die Pfund von denen Danke sehr Morgen ein Morgen ein Morgen ein Hey Leute, wenn wir uns Wollen wir mal den Anspruch holen? Die sind der Westen von uns Westen von uns Westen von uns Ja verstanden Am besten ausrichten Danke Es gibt keine Widerrede, du kommst am Morgen mit Zurück, zurück, fort Ich nehme die Süden und Westen Westen von uns Ich nehme die Süden und Westen Da läuft grad wieder was Von Südost läuft grad wieder was Wo die Fop war eben Von denen läuft wieder was rein Ja die klauen ihren Truck Gibt's ja gar nicht Ich habe wieder company vier 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 Wir können eigentlich hier abrücken. Heiz hat schon die richtige Idee. Ab zum LKW. Wir fahren nach Zentral. Willst du denn da ran fahren? Von Süden oder was? Was ist das oder? Der, 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 der. BTR gibt ihm schon Deckung. Denk ich mir. Also überhin, ja. Willst du mich noch raus haben? So, ich hoffe ihr habt alle den Mutti Zettel dabei, dass ihr da mit ihm mit fahren dürft. Dankeschön, Dankeschön. Dann fahr ich jetzt südlich an dem BTR vorbei und dann so von Süden an den Gastron. Ja, klickt gut. Kurz vor allem die Schützen. Einer von euch könnte gleich mal AT werden. Der kleine Baum nicht im Ernst. Flippi Berg! Oh. T3, 2, 1. Wollt ihr direkt mit Westzupfel anhalten oder? Ja, bringen wir uns jetzt einfach noch in Ordnung in die Straße runter. Oh ne, vom BTR. Dass wir so schön ein bisschen Rally setzen können. Von einzelnen Häusern kurz. Okay, mal raus. Ich bin da drauf. Ich bin da drauf. Ich bin da drauf. Einer läuft in Nord weg. Nein, nicht. Wir vertreten euch. Habt ihr nur in Nord von Sniper. Pass auf die Däsche auf! Zippt, braucht man einen Matic! Wart mal! Ok, ich krieg schon! Halt! Rückt vorher zur Flagge! Verteilt euch ein bisschen! Knuggelt euch nicht mit Squad 4 und untereinander nicht! Halt! Da bin ich wieder! Das kommt hier, also den Rest da hinten erledigen, kommt weiter vor! Halt! Achtung auf Central ist Kontakt direkt drauf! Halt! Der Däher hinter uns ist gerade geplatzt! Das ist also der OVT! Infanterie 11 Uhr! Nördlich ein Stryker! Infanterie 11 Uhr! Südöstlichen Truck! Die haben da... Vermutlich wieder... Könnte Squad! Bewegt sich! Jungs die im Norden seid, ihr euch kommt gleich ein Könnte Squad entgegen! ... 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 Direkt südlich von mir, da gegenüber, siehst du? Südlich von mir ist, äh, von... ist das All-Up. Direkt auf andere Straßenseite, gegenüber von mir. Südlich, ja, wo ich quasi bin, ja? Ja, von dir aus, Richtung Osten weiter. Genau, da, ja, ja, ja. Ja, klar, da geht niemand ans Telefon. Ich sitze jetzt seit 20 Minuten in der Warteschleife. Das Haus ist sauber? Und hab vor anderthalb Stunden übers Internet eine Pizza bestellt. Das krieg ich auch Hunger. Sie haben, kann ich hier nicht bestätigen? Ja, ich hab die... Du, ich seh, die Hauptgeschleife ist da. Jetzt hat aber nichts mehr offen. Noch ein zweiter, ja? Wenn denn der Anruf geht sofort in so eine Mailbox ran. Vor so einer Wartenschleife und Dingern. Auf meiner Position. Genau auf meiner Position. Na, bestell ich jetzt halt woanders drauf, ja? So, und ich werde gestern mit dem Exit da oben. Ah, lecker. Hier wird aktiv gebaut. Es gibt ja aber keine Hallo Pizza mehr. Ja, es gibt nur noch Dom... ...Domi, so wie es heißt. Dominos? Ja, tot von... ...also, Dominos hat Hallo Pizza ganz klein übernommen. Was? Ich brauch euch Chemical da mal mir... ...nach vom Himmelbe nach gut draußen ... Aber warum hab ich was von der Luftputzer selbst ... Ich werd gleich Upon1 zu land, jetzt ... Auf keinen Fall gesammelt, aber ... doch, sie sind alles ... Nein, und wir brauchen nicht, ich zeig dir jetzt, was du kannst Boah, legt euch für eventuelle Nahkampf-Ausrüstung mitzunehmen Und ich hab' schon Quare-Granaten über den Zaun Mare, umgeben wir langsam, wir sind jetzt hier mit dir vielleicht nicht in der Lieblingsgeschichte Ja, okay Ghost Pool und Gabba südlich von euch, meine Richtung in dieser Scheune vor mir Also auf der anderen Straßenseite quasi sitzen Ja, das ist gar nicht clever Guten Abend, könnt ihr noch ein Rally setzen, bitte? Kommt gleich, komm ich Oh Gott Mütig Seht da einer von euch Zeit für mich? Ich bin in Ordnung für mich Ja, dauert kurz So, Pro, du steigst schnell weg Ja, ich merk's gar nicht Ich kann nicht sitzen Steht mir nicht weg, ich bin die von hinten ran In der Scheune ist nur noch einer, rechte Seite, Vorsicht Ghost Pool, Vorsicht in der Scheune Wartet, bis mehr Leute bei der Hub sind von hierher gekommen Geht nicht alleine rein Hast du den Ghost Pool? Ja, ja, fuck, da ist doch einer Oh, er hat mir meinen Arsch geschossen Sie ist da Und dann Und dann Ein Lurricane? Ich schnaufe wir uns nicht rum Echt? Kann das Seid mal die Hände hoch Irgendwo im Osten sitzt noch einer, am Zaun oder so Ok Ich nebel jetzt den Bereich um die Hub ein Ok, jetzt müssen wir langsam laufen Ich nebel jetzt den Bereich um die Hände Ok, ich bin der Hände, ich schaufel, ich schaufel Vorsicht, Ziele, der Gegenüber ist noch ein Streit Ja, ich schaufel von oben Ich möchte erstmal ein richtiger Arzt zählen, danke sehr Ich bin ein richtiger Arzt Du bist der zweite gleich Hallo Hallo Oh, du hast das selber gefunden Okay, das war Wo war der genau? Die Restrundumsicherung Hier im Haus ist das Radio übrigens Ja Why are we still here? Just to suffer Auf meiner Position einer Der hat mich erschrocken Vorsicht, hier ist das selber gewesen Wer war das? Wer war das? Kann ich das wenigstens? Auf deiner Position? Ja Ich bennehm dich jetzt wieder Und du denkst uns wo der Gegner ist Ich glaube der ist weg Sag gut aus Ich glaube der ist weg Der Norden hat eben noch eine M4 Ich komme nicht mehr zu B4 Ja, nötig vielleicht müssen zwei, drei Kontakte sein Ja 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 Die gleiche Keine Rallye zu sein Bei Medi an der Östlichen von euch Einen Gebäude Ja, ist markiert Der angreifen bitte Okay, mehr Kett Oh fuck, sorry Halt zur Pro Gucken ob ihr den Rallye platzen könnt Obwohl, wenn Medi schon drüber hat Dann muss er weg sein Ne, ne Naja gut Könnte sein Squadly hat mich gekillt Ich höre im Südost. Wir müssen von Central ein Striker kommen. Ne, da kommt ein Striker. Okay, Striker ist jetzt im Süden. Fährt jetzt Süd. Ja, verstanden. Ates hier, richtet euch in die Richtung schon mal aus. Wahrscheinlich mit Infanterie absetzen. Sani, komm mal zu mir, hier im Osten. Kann das sein, dass der bei uns Rohab ist? Das mag sein. Infanterie aus Süd. Infanterie, Kontakt bei Moe, Klaus. Ich komme. Das sieht eher aus wie ein MRAP. Steht direkt bei der Hub irgendwo. Da steht halt auch ein Striker bei dir da. Ja, ja. Südlich von dir sind Gegner. Ja. Ich markiere den Drücken. Ich sehe nicht, ich bin nie gefördert. Ja, copy. Direkt bei der Striker, Zipp. Irgendwas ist in die Luft geflogen. Infanterie in der HUB liegt da rum. Der Striker ist an. Ja, da ist aber noch ein zweiter Striker irgendwo. Der Striker in der Hub ist auf jeden Fall down. Hä, wieso bist du down? Äh, keine Ahnung. Ich glaube ein Sniper. Ich kann dich nicht holen. Komm auch mal. Komm, ist irgendwo Infanterie sein. Äh, da habe ich alle glaube ich. Ah, der Rest bleibt in Central drin. Wir müssen das hier cappen irgendwie. Wir müssen das. Cappen wir doch nicht. Ja, die verlieren gerade Storage deshalb. Also noch ein Striker ist bei Airfield. Und kommt wahrscheinlich jetzt aus Südost. Ich höre ihn, Südost. Okay, habsicht Kontakt. Fährt hoch in den Osten. Oh, schick mal hier runter. Ja, ich habe gewunken. Mal gucken. Ist jetzt ganz im Osten. Da wo du markiert hast, ist gut Steven. Da hinten fährt er entlang. Ja, Pro down. Da ist noch ein Kontakt an dem Striker-Frag. Wir haben er cappt. Nice. Ja, wir dürfen uns auf Flieger aus dem Westdown auch noch breit machen. Ich habe es durchgegeben, dass die jetzt hier bei Storage oder bei Central spawnen, wenn sie kommen. So, wo ist denn das gute Stück von Striker? Hast du den, Gandalf? Ja, er ist tot. Hier steht auch noch ein Rally. Den mache ich jetzt kurz weg. Was? Geiler Job, das übrigens. Bis jetzt lief das ja. Von okay, Zippo, Zippel hat das alleine mit dem Restler gemacht. Aber hey, wir waren dabei. Oh, hey. Ich sage nur Team Vashmi. Ohne unsere Medics, die haben eine gute Bilanz. Kommt ein MRAF über Nordosten über die Hauptstraße ran gefahren. Fährt auch weiter. Ist voll besetzt. So viel habe ich besetzt, nur einmal geheilt, ja. Ja. Auch angehalten? Ach, so tot. Da hatten wir... Das war hier Invasion. Da standen sie alle mit Raketenwerfern. Als geheilt, als geheilt. Der steht gerade auf Kreuzung und fährt jetzt in die Ortschaft rein. Ah, ich brauche Unzipartier. Hub, Hub ist unsicher. Hub ist heiß. Wir müssen auch mal eben hin. Midi, kommst du dir? Ja. Ich glaube, ich bin mal eben kurz weg und ich fahre mal eben da zur Pizzeria runter. Mahlzeit. Ich bin gleich wieder da. Pass auf dich auf. Ja. Okay, wir können zurück. Die haben sie in den Griff, sagen sie. Steven, den Strike mich erwischt. Der MRAF ist Richtung Norden abgezogen. Kein Sichtkontakt mehr. Ja. Bist du beim 7 CPL, oder wer ist das da? Ich bin das ja. Irgendwie ist die da zu ruhig. Ja, der MRAF halt im Norden, ne? Der lädt jetzt gleich außen, Nord-West wahrscheinlich, und dann kommen die rangerannt. Ja. Ja. Ja, ihr habt das ja im Norden ein bisschen sichtiger. Ja, ihr müsst nicht mehr zur Hub zurück. Ja, Gegner im Norden. Doch wieder zur Seite, ne? Ja, wir müssen nicht sofort zurück. Vier hat sie in den Griff, sagten sie. Ich brauch neue Bandagen. Das ist okay. Ja, ich brauch Muni. Das ist okay. Ich kann natürlich schön wissen, wenn die, äh, die Logis rausgebracht hätten aus der Welt. Zippel, wir brauchen ein Messer im Norden. Okay. Kommt ein Truck, äh, Südosten angefahren, gleich im Osten. Ist ein Lodgy, die werden was bauen dann. Ist ein voll beladener Lodgy, fährt jetzt im Osten. Von der Faust fährt jetzt mit dem Gegner. Das heißt, die werden jetzt im Nord-Osten gleich kommen. Ich weiß, sind die gerade bei er fährt. Zippel, hast du noch Kontakt? Negativ. Wir sind close in der ersten Garage vorne. Südosten, Südwesten. Äh, wo ist denn der Truck hin? Ist das ein Lodgy gewesen? Ja, Phantom war ein Lodgy. Wo ist der hin? Nachs Nord-Osten bei dir irgendwo. Ja, der ist an dir beigefahren. Aber weiter Richtung verbessern. Nee, gehört hab ich nicht hier. Deswegen hat's mich gewundert. Die bauen da irgendwo was. Achso. Das ist eh zu spät. Das ist eh zu spät. Was ihr dann im Süd hört, sind unsere Förder Heroin-Einheiten, die die Kapitalisten von beim Starten verhindern, beim Airfield. ... Das war's. Okay. also die bienchen fliegen zu den blumen und dann ja jetzt weiß ich dass wir mehr wissen ein glück zack eins der hinten wenn sie gebaut haben ja da ist das eine fob direkt da oben wo die kreuzung ist bei den äußern da steht die die länder jetzt alle in eure richtung dann verteilt euch hier in den bereich erst mal so von da bis nach da bei den beiden einstiegs dann fangt sie schon leicht ja hier war gerade action action ich muss wieder munition holen so ich werde angebeten von einem hund so 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 relativ close südlich der rauch ist nicht von uns oder nö beim augenmarker augen auf einen habe ich beim augenmarker oh medi ja steckst du denn an der fob komm doch mal weg am augenmarker sind vier fünf Leute ja verstanden fletze dich mal wie irgendwo auf der straße hin so dass du mal zum westen gucken kannst oder auf das dach hier wo ich bin er schon ein bisschen äh der lagerhalle links vom vehikel pick-up marker diese größere halle äh ist ein ganzes quad drinne dann beim rechner linken vom linken vehikel pick-up marker links die große halle ja 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 Ja, die kommen in der Ort rein Wir haben ja momentan gefechter bei uns, Gegner direkt im Feld Keine Fop hier im Norden Also ich hab den ganzen Osten abgegraben, hab auch nichts gefunden, jetzt bin ich noch ein wenig im Norden Ich hab Gegner Westlichterflagge In der Otschacht schon dran Oder sie haben echt nur mit Freddy´s gearbeitet Ja, close auf dem Augen, Marker, sind Feinde Puh, ich brauch dich hier Ich bin doch da Genau Also ich hab den Marker retten, halbes Quad durch die Gegner Wer weg Ich lasse schnell nicht an Ja, Entschuld Wer hat meine Position, Gegner? Wo kommen denn die Gegner jetzt her, aus dem Norden eher, oder aus West? Keine Ahnung, die waren doch von mir da Keine Ahnung, die waren doch von mir da Da drinnen sitzt einer und direkt hier im Gebäude Wer die ist da Hä? Hallo! Hallo! Zippel, ey, Zippel! Das geht nicht knapp Und Heinz, und der Rest auch Ja, mal ne gute Runde